Servus Leute, was geht? Ich bin Nico Amazotti und Willkommen auf Moodle Punch TV. Ja, Freunde, Casper hat auch einen neuen Song getwoppt mit dem Namen Flackern, Flimmern. Der ganze Song ist sechs Minuten lang und ich dachte mir, wie höre ich es dir heute mal gemeinsam an auf dem Fernseher hinten? Ich werde mir mal einen kleinen Live-Link machen und dies zeichnet Anna, es nehmt Bescheid. Zu Casper muss ich sagen, ich habe Casper sehr gefeiert. Ich habe damals noch zu Save Me-Zeiten. Ich bin aufmerksam geworden auf ihn damals. Man kennt ihn, man weiß damals, er hat sich auch sehr entwickelt, muss man sagen. Die letzten zwei Solo-Alben habe ich mir auch gekauft. XO war das und Hinterland war das, glaube ich. Und ich bin gespannt, weil ein neuer Casper-Song und seine Videos sind auch immer sehr, sehr krass. Und man muss einfach sagen, er ist ein guter Künstler und ich habe ihn mittlerweile, glaube ich, schon drei oder vier Mal live gesehen. Live auch sehr, sehr krass, sehr, sehr nice, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, ziehen wir uns das jetzt gemeinsam rein und dann würde ich sagen, los geht's. Ich würde mir immer so ein bisschen zwischendrin was sagen, so wie gesagt, ich bin kein Musik-Experte. Ich sage immer nur gerade meine Meinung, gerade so was mir in den Sinn kommt. Wie gesagt, ich habe kein Skript oder so, einfach mal freischnauze drauf und dann würde ich sagen, los geht's. Ähm, sieht aus wie eine Blutspur. Ähm, also, ich bin gespannt. Ist das ein Felsweg oder? Ähm, fängt komisch an auf jeden Fall. Ähm, die machen Kinder und wir machen Liebe. Scheiße, das ist ein Flugzeugfrack. Ähm, krass. Ich hätte gedacht, ein totes Tier wird da liegen oder so. Aber da liegt ein Flugzeugfrack. Die meisten Casper Songs transportieren zu einer gewissen Eigendynamik, finde ich. die einen emotional so ein bisschen mitnehmen. Also die langsame Aufbau mit der Gitarre und so. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber es ist jetzt schon ein bisschen emotionales Fieber auf jeden Fall da. Suche Nächte lang, alles im Nichts, finde nichts in allem. Spucke Kifte und Galle, bin fix und alle. Vielleicht mal ein Tunnel, dein Abstellgleit. Nächste Flasche Wein, nein, brauchst nicht wach zu bleiben. So genannter Scheiß bedeutet mir noch immer die Welt. Solange die Stimme noch hält und ich dem Herz entwachten komme, bleibt es Kansas City. Schau nach rechts, zieh mir links vorbei für alle Zeit. Und ich versteh die Ängste, die du hast, was dich quält jede Nacht. Oh Mann, das ist so eine geile Atmosphäre. Wie das jetzt anfängt mit dem Tuamazon, der Gitarre, das ist krass. Hör, was du redest im Schlaf, weit weg noch immer nach und fliegt. Und plötzlich alles so leicht, so leicht ein Tief ist uns selbst. Erst den Tag, der Hand will man, den Kopf und den Filter, die Töcher, Katzen und die Tür. Alles so leicht, so leicht ein Tief ist uns selbst. Das steigert ist so pervers krass nach oben. Alter. Das ist fr... Ich frage mich gerade, wie die das gedreht haben, weil der Drehroll ist krass. Wir kommen nicht auf die Idee, irgendwo hinzufliegen und dann so ein krasses Spiel zu machen. Krass. Immer schlimmer bevor es besser wird, greif es nun an. Mit nicht viel zu verlieren, außer Zeit und Verstand. Mit Nacht landet es Wahnsinn. Ich finde, Casper ist auch immer so ein Geschichtenerzähler. Wer, wenn er eine Geschichte erzählt in so einem Song, so einem Themensong, da glaubt man ihm das alles. Es ist unbeschreiblich, dass jemand wie Casper so eine krass Atmosphäre überbringt. Das kann nicht jeder. Er gehört definitiv dazu auf jeden Fall. Baume an einer Hand liegen sich seltsam friedlich im Auge des Orkans. Trage schon sein Klang, diese Dunkelheit so tief in mir drin. Doch lass dir sagen, habe nie geliebt, so wie dich. Wenn ich kurz flieg, lieb's nicht an dir. Manchmal will ich nicht zu finden sein, doch komm immer wieder zurück. Ganz im Ernst, hatte niemals Angst wie jetzt. Selten Schlaf vor sechs, selbst Zweifel, alles zählt. Nachts im Wettlack und weg, wälzt mich im Kreis. Weiß, es ist schwer und hoffe so sehr, dass du bleibst. Augen überall, Augen überall. Hoffst du sehr, dass du nicht gehst, wenn ich fall? Augen überall, Augen überall. Hoffst du sehr, dass du nicht gehst, wenn ich fall? Holy shit, anscheinend kommt jetzt die Vorgeschichte, wie es dazu kam zu dem Absturz. Also krasse Bilder auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Winterraden aufmeldenst du Hornsよ- Wie es dazu kam. Ja Leute, da bekommt man wirklich nachzudenken, also es ist beeindruckende Bilder auf jeden Fall, wenn man in so einer Situation ist und abstürzt, das will ich wirklich mit niemandem tauschen, es ist harter Tobak auf jeden Fall. Ja Leute, da bekommt man wirklich mit niemandem tauschen, es ist harter Tobak auf jeden Fall, wenn man in so einer Situation ist, das will ich wirklich mit niemandem tauschen, es ist harter Tobak auf jeden Fall. So Leute, das war's mit dem Video, ich muss dann trotzdem leider ausmachen, weil ich sehe, auf meiner Speicherkarte habe ich leider nicht mehr viel Speicherplatz und ich wollte das Video unter 10 Minuten lassen, deswegen dachte ich mir, beenden wir das Ganze mal. Also der Song ist sehr, sehr krass, ich habe echt Gänsehaut, krasse Geschichte, ich hätte nicht gedacht, dass Casper sowas krasses raushaut. Sehr krass, ich finde bei ihm die atmosphärischen Songs sowieso sehr, sehr nice, er bringt immer eine krasse Atmosphäre, krasse Stimmung rüber, also an der Stelle muss man sagen, Respekt an Casper auf jeden Fall. Kommt da ein neues Album raus, ich weiß nicht genau, und da würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Videos, ihr könnt meinen Kanal gerne abonnieren, lasst gerne einen Kommentar dazu, dem Song, der war wirklich sehr, sehr krass, ohne Scheiß, also checkt mal ab, würde mich sehr, sehr freuen. Bis heute, macht's gut, Musik.